Also hier erhält man tatsächlich den Durchblick, und so war es bei mir auch, in dem ganzen Ernährungsdschungel. Was genau ist denn jetzt wichtig? Kohlenhydrate laden? Ja, nein? Warum überhaupt? Und wenn solche Sachen würde ich dann einen nachts in Schlaf rauben, dann ist Chris derjenige, der einem definitiv weiterhelfen kann. Und einen auch letztendlich auf die richtige Spur bringt. Bis zum nächsten Mal.